H-Attraction steht für hochdosierte Wirkstoffkosmetik ohne hautbelastende Inhaltsstoffe, für professionelle Gerätetechnologien und innovative Behandlungskonzepte. Das Besondere an den H-Attraction-Produkten ist, dass sie sehr hochdosiert sind, dass dadurch sofort eine Wirkung sichtbar ist beim Verbraucher. Das heißt, der Kunde merkt nach kürzester Zeit Hautverbesserungen, was bei den meisten hochpreisigen Serien nicht üblich ist. Das Kosmetikinstitut heute ist anders aufgebaut als früher. Das heißt, wir brauchen heute schnellere Ergebnisse. Das bekommen Sie bei H-Attraction. Sie bekommen nach wie vor die liebevolle Handarbeit. Es wird nach wie vor der Kunde verwöhnt und dazu kommt aber wirklich die Komponente der innovativen Geräte. Zu H-Attraction kann jeder kommen. Es kann die jüngere Frau kommen, die zum Beispiel eine unreine Haut hat. Das können wir sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Es kann die Frau kommen ab Mitte 30, wo die ersten Fältchen beginnen. Da kann man sehr gut eingreifen, da kann man schnell arbeiten und das wegbügeln. Es können Frauen um die 40 kommen, wo der Elastizitätsverlust beginnt. Da können wir auch sehr, sehr schön eingreifen, um die Haut wieder zu straffen. Und es können auch Damen kommen, die einfach älter sind. Und auch hier können wir wieder ein frischeres Aussehen zaubern. Unser Mesoportionsgerät ist etwas ganz Besonderes, da wir es selber entwickelt haben und die Erfahrungen von vielen Jahren Institut von mir selber mit eingeflossen sind. Und wir lassen das in Deutschland von einem Biomedizinbetrieb bauen. Die Behandlungen sind für jeden Hauttyp geeignet, auch für die empfindliche Haut, da wir auf alle hautbelastenden Stoffe und Konservierungsmittel weitgehend verzichten können. Wir sind sehr stolz auf unsere Wirkstoffampullen für die Kosmetikerin. Die sind aufgebaut nach dem Prinzip der klassischen Mesotherapie. Das heißt, die Kosmetikerin kann sich die Ampullen mischen, so wie sie das braucht für ihre Behandlung, hat dadurch kein allergenes Potenzial und wird ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Mit der Mesoportion habe ich eine Express-Wirkstoffaufnahme auf eine sehr angenehme Art und Weise. Absolut schmerzfrei und für den Kunden wirklich sehr, sehr angenehm. Die biostimulierende Laserenergie ist besonders im Zusammenhang mit der Mesoportion ein ganz einzigartiges System, weil wir da beides abdecken, sowohl das Einschleusen, das Aufbauen der Haut, als auch diese Biostimulation, die dann durch den Laser stattfinden kann. Die Massage am Schluss ist sehr wichtig, grundsätzlich, damit der Kunde sich nochmal richtig wohl fühlt, verwöhnt wird. Die Haut ist aber auch noch sehr aufnahmefähig nach der Mesoportionsbehandlung. Das heißt, wir machen uns unsere Wirkstoffe in den Ölen zunutze, um auch da die Haut nochmal optimal zu versorgen. Das Besondere an den Wonder Pearls sind zum einen die gemahlenen Perlen, die in dem Produkt enthalten sind und zum anderen die hohe Deckkraft, die ihn auszeichnet. Das heißt, ich kann dem Kunden mit ein paar Pinselstrichen ein wunderbares Finish verleihen. Die Stärke von HR Direction sind die Schulungen, da wir auch ein eigenes Institut haben. Das heißt, die Fachkundinnen können sich hier vor Ort informieren, wie sieht es aus, wie läuft es ab. Wir beweisen auch, dass das Ganze funktioniert durch unser eigenes Institut. Und die Schulungen stimmen wir ganz individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ab. Sprich, hat er ein großes Institut, ein kleines Institut, wie sehen die Kunden wiederum aus, wie ist das Klientel des Kunden. Und all das können wir natürlich aufgrund unserer langjährigen Institutserfahrung einfließen lassen. Deswegen schulen wir auch sehr gerne einzeln oder in kleinen Gruppen, um genau auf diese Themen für den Kunden speziell eingehen zu können. Bis zum nächsten Mal.